Herzlich Willkommen zu einem weiteren Vlog von uns. Und ja, wir befinden uns hier gerade im Hansa-Park. Den Saisonstart wollten wir uns tatsächlich nicht nehmen lassen. Am 2. April 2022 öffnet der Park tatsächlich mal richtig pünktlich. Im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, wo ja Corona-bedingt leider ein bisschen die Parks deutlich verspätet geöffnet haben. Und es gibt so gut wie keine Auflagen mehr. Das ist das Schöne. Ja, heute den Tag genießen mit den Jungs und mit den Mädels hier. Und damit nehmen wir euch mit. Und so beginnt der Vlog. Das ist das Schöne. 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 Sollte. 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 So. Bei der Eröffnung tatsächlich geht ja auch einiges was schief und zwar habe ich ein Fehler schon entdeckt. Die Westernstadt heißt ja nicht mehr Bonanza City, sondern New Lübeck und der Wegweiser weist aber immer noch zu Bonanza City. Sollte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020